So, kleine Kiwimaus, herzlich willkommen. Ja, du siehst mir, bist du noch ein bisschen kaputt? Kannst du sein. Das ist jetzt hier dein 3-Tages-Domizil, okay? Wenn du magst, kannst du rauskommen und was essen. Guck hier, und hier ist was zu trinken oder zum Baden. Du wirst es schon machen, ne? Du kannst dich aber auch erstmal ausruhen. Bis später, Schatzi. Und da muss er brennen. Kommst du mal ein bisschen gucken, ne? Ja, machst du ganz toll. Ich lasse dir heute auch noch schön lange Licht an, dann kannst du dich gut orientieren, okay? Oh, rauch mal, da piept es in der Küche. Hörst du das? Du siehst was. Machst du ganz prima. Jawohl. Glück, Glück. Vielleicht mal da gucken gehen und was essen. Okay. Hallo, hallo. Okay, du gehst das nochmal rein? Na gut. Dann mach mal in deinem Tempo, ne? Hast du es aber jetzt gesehen, wo alles ist, ne? Das findest du bestimmt. Bist ja schon eine große. Ein großes Kiwi. Jawohl. Okay, bis später, Schatz. Tschüss. Tschüss. Tschüss.